Die Österreicher sind viel netter als die Schweizer. Oje, die sind nicht so richtig Schweizer. Oje, oje, oje. Jetzt habe ich doch letztes Mal einen Österreicher auf der Strasse einfach so einen 100-Euro-Schei in die Hand gedrückt. Und ich habe mich von den Tränen noch fast verschlückt. Och, ist das grosszügig, habe ich gedacht. Das kannst du in der Schweiz vergessen. Jo, Mane, Jugo, Mane, Spreitenbach. Oje, oje, wenn wir in der Schweiz denken. Jo, Mane, such dir einen Job, Mane, willst du buff? Gehen wir auf Spreitenbach, Jo, Mane. Wo gibt es Schlägerei, Mane, Schmissgeld, Mane. Jo, Mane, Schmissgeld, Mane, was willst du, Mane? Such dir mal einen Job, Mane, in Österreich. Ja, freilich, ich gebe dir das Geld. Ich las dich nicht verlumpen lassen. Ich gebe dir dafür später mal einen Stumpen. Oje, oje, die Schweizer sind zum Brüllen. Es ist doch ein armseliges Gietziges Hurenpack. Schau dir mal die Österreicher an, dann weiss es, wie es geht ohne Sack. Oje, 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 meine, wir kommen die Tränen. Das Einer in Österreich. Eine, le, 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 le. Ach, ich liebe das.